wie die hier reudigen o driscoll und herzlich willkommen zurück zuletzt play red dead redemption 2 ich freu mich sehr dass ihr am start seid liebe freunde so ich check es nicht liebes spiel Ich verstehe es nicht Bist du sicher? Ja Ja, ich gehe da nochmal in die Einstellungen, Freunde Also nach der Folge Und mache das aus Also es kann doch nicht sein So, Freunde, wir gehen natürlich als erstes Im Camp uns umschauen Ne, ich habe hier Cain gesehen Oh, schau, wer es ist Hallo, Cain Schau, wer es ist Oh, Doktor Big, tough, Arthur Hast du in oder so etwas, Arthur? Was? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich habe etwas zu entscheiden Hey, Cain, na? John Ah, der Black Screen Uncle Okay Okay Wie geht's dir, Cain? Ah, fühle mich wie ein Horser ran über mich Uh-huh Yippers Arthur Mary Beth It's gonna be alright I feel like a prisoner here We won't be here for too long We just need an escape plan Uh-huh Okay Yep Abigail Abigail Well, at least he's back Thank you for getting him out, Arthur Of course Someone had to Da werden gerade die Socken gestopft Ja, es ist, äh Es ist natürlich nicht mehr so Schön wie am Anfang, ne? Alle gut gelaunt und Taita und Juppaidi Alle sitzen irgendwie getrennt voneinander Und guck dir das an Hier, Mr. Pearson Vielleicht ist er auch eigentlich nur traurig über den Verlust seiner Haare It's all over All over I don't want to die Not like this, not I don't want that I don't With you It's all so sad, Mr. Morgan So very sad That is it I don't know I don't know Stell dir mal vor, du bist so am Boden, dass du nicht mehr weißt, was du sagen sollst Also Sie scheint hier von allen irgendwie noch am gefasstesten zu sein Obwohl sie eine junge Frau erschossen hat Hat die sich da gerade aus dem Stein eine Socke gezuppelt So, und was ist mit Dutch eigentlich? Den sieht man gar nicht mehr, oder wat? Javé Mein gutster Sagt er, während er rauchte Aber gut, es gab ja mal eine Zeit Da wurde von Zigaretten behauptet, sie seien gesund So, der muss doch hier irgendwo Oh, Freunde, wisst du noch, wie wir die Höhle hier ausgeräumt haben? Das war schon das ekligste überhaupt in diesem Spiel Dutch Dutch Rydiger Hund Zeige dich, wo bist du? Ist das mal im Ernst? Wo ist denn der? Und Maika muss ja auch hier irgendwo rumkrauchen Dein Brief für dich ist angekommen Okay Das sieht doch aus wie Dutch sein Lager, oder? So, Freunde, kleiner Cut Es klingelte Weiter geht's Ja, scheint irgendwie so, als Hätte Dutch sich irgendwo verkrochen Aber ich hab so das Gefühl Der schmiedet Pläne Der ist nicht so, dass der sich jetzt zurücklehnt und sagt Und Dem sinkenden Schiff beim Untergang zusieht Sondern der schmiedet irgendwelche Pläne Hundertprozentig Aber ich guck mir erst mal den Brief an Den wir da bekommen haben Uh, nicht ins Feuer rennen Ich guck nochmal schnell hier Ist er hier irgendwo? Wo ist er denn? Howdy Hab ich die Kopfhörer richtig drin? Nein, hab ich nicht Bei mir kam das Rufen grad von rechts Hey, Big Man I'm worried I'm really worried Aha Me too, Uncle What's gonna happen, you? To everybody I guess Folks is gonna make a choice Whether they live Or die And you? I don't have that choice no more I'm just Trying to help others see clearly That's my choice You're a good man, Arthur Morgan Good man Danke Uncle For Uncle So Eine Blume? Ne, ich möchte den Brief Den Brief So Was haben wir denn hier? Dear Sir You were once Very kind To Bo And myself And it pains me To ask you To show us Further kindness But I have Nowhere else to turn And nobody else Upon whom I can impose I will of course Pay you handsomely For your troubles My family Have turned quite mad And are threatening To send me away To stop my work Which they say Is disgracing them As if their history Of absolute moral depravity Utter debauchery And perpetual drunkenness Did not disgrace them enough I must escape Yet I am kept prisoner here Can you help? Most days I am to be found At the cabins on the plantation The main house And all it stood for Are thankfully no more Yours faithfully Penelope Braithwaite Ah, die gute Braithwaite Alles klar Ich musste gerade überlegen Aber ja Das war ja doch Die junge Liebe Hello Tilly Vanilly Alles klar Hät fast Tilly Vanilly gesagt Aber das wäre ja nicht Ganz zutreffend So Dann mache ich mich mal Aus dem Staub Howdy Hey Bo Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Egal Tschö War ich nicht So Wir haben hier jetzt Die Penelope Oha Tod oder lebendig Oh Das ist ja ungünstig Das ist ja ungünstig So Wir haben jetzt hier Die Penelope Hey Das ist ein ganz schönes Stückchen Ich weiß aber nicht Ob ich das nicht doch Runterreiten sollte Einfach Falls wir irgendwie Auf dem Weg Noch irgendwas finden Oder so Ist vielleicht besser Alles klar Ja Ach komm Die Murfrees Echt So So pass mal auf Die nehmen wir doch mit Die nehmen wir doch mit Ey ich hab keine Angst Vorm Tod mehr Hört ihr Ihr Penner So wer will noch was Wer will noch was Komm her Steh auf Unfassbar Murphy Haben wir die nicht langsam ausgerottet Muss ich wohl mal ein kleines Massaker starten In Butcher Creek Oh Halt 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 Was hab ich denn da jetzt grad gesehen Da war doch grad Ein weißer Punkt auf der Minimap Also eine weiße Mission Oder Hab ich blöd Aber es war halt Irgendwie wieder In die andere Richtung Hä Ich reite jetzt nochmal kurz Da so hin Vielleicht taucht es nochmal auf Eines legendären Fisches Ne Da waren Also Da war ein weißer Kreis Mit Initialen drin Hä Ich hab mir das doch nicht eingebildet Hör mal Dreh ich langsam durch Oder wat Hm Also ich weiß halt nicht Ob es allgemein so ist Dass es auf der Karte Äh Mission Also es war ja so Zum Beispiel Fragezeichen ne Die hast du ja wirklich nur gefunden Wenn du in die Nähe geritten bist Aber mit Missionen Ist es doch eigentlich nicht so oder Also Mit Klaren Missionen Nenn ich es jetzt mal Gut ich Reite zu Penelope Wie sieht es bei euch aus Freunde Habt ihr am Wochenende was vor Habt ihr Pläne Alter Arthur Reite doch mal schneller Junge Ja Ich hab auch schon überlegt Ob ich wegen dem Tagebuch Vom Äh Vom Nackten Mann Mal Einfach im Internet gucke Weil ich würde das schon gerne lesen Aber vielleicht hat er da auch einfach nur irgendwelche Tiergeräusche oder so Aufgeschrieben Keine Ahnung Und wir können ja bei der Gelegenheit auch mal bei der Braithwedge-Schwester vorbeigucken Die da im Klohäuschen eingesperrt ist Da hieß es ja Da kann man später nochmal zurück Vielleicht ist es ja schon so weit Hallo die Pane Was mir auch gerade entfällt Freunde Gavin 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 haben wir noch nicht gefunden Die Frage ist ob man kann man Gavin eigentlich finden Ich glaube damals mit Lucy Wo ich mit Lucy zusammen aufgenommen habe Hatte sie gesagt Man kann ihn nicht finden Oder es hat ihn niemand gefunden Irgendwo muss der doch Irgendwo muss der doch sein So wir sind wieder in legalem Terrain Kurzen Schluck nehmen Weiter geht's Oh Pfeffi muss kurz Wäre auch mal vielleicht interessant zu wissen Ob es noch viel Gebiet gibt Was ich mir noch nicht angeguckt habe Also ob es noch viele Hütten gibt Zum Beispiel Die man untersuchen kann Und es ist auch mal wieder schön Bei Rhodes vorbeizuschauen Freunde Und sehr gespannt Und ich glaube das sind wir alle Bin ich auf Red Dead Redemption 3 Ich habe irgendwie mal sowas gelesen Von dass das schon in der Mache ist Wann man damit rechnen kann Keine Ahnung 25 26 Oder noch später Auf jeden Fall kommt es vor Elder Scrolls 6 So viel weiß ich Und eigentlich müsste ich auch nochmal Hier auf dem Anwesen gucken Weil hier muss es ja irgendwo noch Ich glaube einen Kompass Für Pearson geben Bei den Wraith Wraith Howdy What the hell So Gleich sind wir da Und ich muss auch noch Zur Postmeisterei Das Symbol blinkt Immer so provokant Howdy Hey Partner So Okay Da sind wir auch schon War wieder ein langer Red Freunde Oh diese Allee ist so schön Habt ihr übrigens schon bei Anhowdy mal reingeschaut Liebe Freunde Sieht es euch gerne rein Da geht es ab Sehr interessantes Spiel Bis jetzt muss ich sagen Also Ein bisschen verwirrend Aber Interessant Weil es ist nicht so ein Ich sag jetzt mal Normales Horrorspiel Wo man sich Ach Schnauze Wo man sich einfach erschreckt Sondern Das hat eine Geschichte Und die ist auch sehr Verschachtelt Und Mit Rätseln Und so Also es ist schon echt Cool Guck mal Die ist jetzt hier in dem Haus Vielleicht ist es Ist der Kompass ja hier drin Howdy Oh Oh you came You came You finally came I came Oh thank you Thank you You lovely lovely man Better calm down miss Oh come on Let's go We ain't got a minute to lose What They killed her They killed Miss Calhoun All she wanted was a better lot for women And they killed her Those pigs Who killed her I don't know My cousins probably Or Or Bo's Well You met them there Animals Not even animals Monsters Monsters If God had lost all his powers of imagination Can you Can you please take me to the train station Bo will be waiting Bo Why couldn't he come and rescue you Well If they saw me and him together They'd lynch him And send me off to a nunnery Or maybe they'd lynch us both I ain't quite sure They do so love hanging folk Where are you heading Up to Boston Good Yeah I like you up there Come on Let's go Of course Let's go girl Ähm Darf ich nochmal kurz in deine Hütte reingucken Komm ich da rein Wohl eher nicht Na dann los Aber lass uns nochmal kurz Sie ist in unseren Händen War die in die Richtung Schnauze ich will die Schwester angucken Da ist es Weißten Es hat gerade geleuchtet Aber Oh ihr seht das gar nicht wegen der Facecam Ich hatte mich schon gewundert Sie hat ja gerade wieder gesprochen Aber da sind wieder die Zahlen Alright Wo ist sie hin Also ich weiß jetzt nicht ob sich schon was verändert hat Bei der Schwester Aber die hat sich eigentlich verhalten wie immer Also vielleicht müssen wir doch noch später zurückkommen Ja 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 Und da sind wir auch schon beim Bahnhof. Oh. Na gut, ich mach's. Bo! Hey! Na klar. Sure! Sure! Howdy. Oh ja. Komm her. Verdammt, der kann aber gut ausweichen. Bumm. 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 Na komm. Bumm. Oh, Alter. Oh, ihr Penner. Schöne Nummer von euch. Komm her. Oh Gott. Bumm. 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 So, jetzt zu dir. Kleiner Penner. Bumm. 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 In die Rippe, Junge, zack. Bumm. Please get out. Bumm. 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 So, komm, gib ihm noch einen nach. So, bumm, 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 ihr Penner. Hä? Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, hä? Ja, und du kriegst auch noch einen, Junge. Quote, hello, future. All right, all done. That is quite a family you've got there, son. I know, charmant to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave. So, what do you expect, good manners? My uncle used to say, things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bullied them and drove most of them off. Whites as well as blacks. All over this silly view. Yeah, well, how'd the life? Achtung. Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is good with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. I can keep your heads down. I'll deal with this. I'll deal with this. Jules, I knew you had to... Jules, they're coming from over the hill. You must have all the jewels in the... Jules, I knew you had to take them out of your dozens, shit. Jules, you did it all right? So, come on, friends. Jules, they're coming from over the hill. Jules, this ain't about no star-crossed lovers. She robbed her own family blind. Nein, nicht auf das Pferd. I'll kill my cousin Susan. Junge, was ist denn das für eine riesige Familie? Alles Cousins hier. Ah, what? 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 Kurz mal rein. Zack. So. So. Glocke läuten, let's go. Ähm. Also. Schneller, schneller. Schneller. Ach, ich verdrück mich immer. Verdammt. Nice. Pfeffi, kommst schön mit. Pfeffi, kommst schön mit. nur nicht an die Wand fahren. Weiche ist gestellt. Oh, schön entspannt. Sehr nah. Weit haben wir es denn noch? Bisher in Teni. Mal grad gucken. Hä? Ich dachte, die wollten nach St. Teni. Na mal gucken. Pfeffi schön außenrum. Pfeffi schön außenrum. Ja. 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 So. Yeah. Wir haben noch so viel Geld. Ja. You're a fine man, sir. Just get out of here. Get out of here, man. So. Okay, Freunde. Oh, da gab es nochmal Doppeltehre, weil ich abgelehnt habe, wa? So, hier ist gleich eine Postmeisterei, Freunde, aber Briefe und so hole ich mir in der nächsten Folge ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.